Braucht man das alles? Nee Digi. Habe ich es trotzdem gekauft? Ja, bereue ich das? Nö. Servus, liebe Filmfreunde. Willkommen zu Cineman. Will aus Liebe zum Film. Ja, endlich ist es wieder soweit. Endlich ist mal wieder Filmbörsenzeit. Nicht nur hier auf dem Kanal, sondern auch endlich wieder im Raum Stuttgart. Denn dort fand in Leonberg in der Stadthalle endlich mal wieder eine Filmbörse statt. Früher gab es die, wie ich gehört habe, in Ludwigshafen. Dann gab es längere Zeit nichts. Und am 16. März 2024 war es dann wieder soweit. Und so seht ihr mal hier die Location von außen. War eine richtig schöne Location. Schöner Park hier direkt nebendran. Da konnte man, wenn es nicht gerade geregnet hat, auch sich noch schön die Beine vertreten und ein bisschen frische Luft schnappen. Eintritt war hier 10 Euro. Und innen drin sah es auch recht freundlich aus. Also eine hohe Decke, freundliche Farben. Allerdings war es wirklich brechend voll und dementsprechend nicht nur heiß, sondern auch sehr eng. Also ständig hattest du irgendwie ein Knie im Arsch oder sonstiges und wurdest hin und her geschupft. Fast so wie auf der Love Parade. Aber nachdem sich das Ganze hier mal gelegt hatte, so kurz nach mittags rum, ging es eigentlich und da konnte man dann ganz schön stöbern. Wie ihr sehen könnt, gab es alles, was das Film und Sammlerherz begehrt. Egal ob Figuren, Merchandise, T-Shirts, Schilder, ein paar richtig schicke Sondereditionen, Raritäten, die man so schon lange nicht mehr gesehen hat. Und dann auch ein paar selbstgemachte Schmuckstücke. Also das war richtig toll. Wie gesagt, da musste man halt nur gucken, wie man sich da entweder durchgewurschtelt hat oder hat eben dann bis nach mittags rum gewartet und konnte in Ruhe hier die einzelnen Kisten durchsuchen. Also egal, ob ihr hier VHS-Kassetten gesucht habt, Tape-Editions, Steelbooks, MRAs und natürlich auch Mediabooks. Alles war großflächig vertreten. Auf den meisten Tischen war dasselbe vorhanden. Da musste man dann natürlich die Preise vergleichen und gucken, wo kriege ich vielleicht noch den größten Mengenrabatt. Dann gab es aber auch wieder vereinzelte Tische, wo es ein paar echt exklusive Raritäten gab, die man so auch schon lange nicht mehr irgendwo gesehen hat. Also da hat das Stöbern natürlich Spaß gemacht. Und selbstverständlich gab es hier dann auch die neuesten Mediabooks von Terrifier. Wartiert, ihr habt es hier gesehen, 45 Euro, 50 Euro, teilweise auch 60 Euro. Das war von Händler zu Händler verschieden und auch die Citycobra-importierten Mediabooks gab es hier für 39,99 Euro. Ja, zwischenzeitlich auch 50 Euro oder sogar 60 Euro. Genauso verhielt es sich mit Last Boy Scout. Die Mediabooks lagen hier auch schon aus für 39,99 Euro, teilweise auch 35 Euro. Dann auch wieder an einem anderen Stand etwas teurer. Und je nach Cover musste man da eventuell noch etwas mehr in die Tasche greifen, wie zum Beispiel hier bei Last Boy Scout Cover Variante B für 80 Euro. Saw X gab es dann hier auch. Auch die Saw X 10 Movie Collection, natürlich Uncut, gab es hier für 59,99 Euro und das Mediabook einzeln zu Saw X. Ja, auch 59,99 Euro, da lohnte es sich aber auch an den anderen Tischen zu gucken. Und wie immer gilt im Allgemeinen, zahlen wir Mondpreise? Nein. Also gucken wir uns lieber nach ein paar Schnäppchen um. Und da ist man bei Ike Media eigentlich immer richtig. Denn der gute Yusuf, der hat immer ein paar Mediabooks einzeln im Angebot oder ein paar richtig coole Multi-Buy-Aktionen. Ihr seht es hier, hier gab es Mediabooks zum Preis von 20 Euro einzeln, dann 3 für 50 Euro und dann auch 15 für 150 Euro. Also da kann man definitiv etwas sparen. Ist natürlich schwierig für Leute, die schon sehr viel haben und auch online natürlich zugeschlagen haben. Aber Leute, die gerade am Anfang ihrer Sammlung stehen, diese aufzubauen, ja, die werden hier definitiv fündig und die können hier einiges sparen. Es ist natürlich so eine Sache, man findet auch hier in diesen Kisten, in den Multi-Buy-Kisten, einige richtig coole Mediabooks, die auch online schon so nicht mehr zu haben sind. Scheiße ist natürlich, dass nicht jeder gerade eine Filmbörse um die Ecke hat. Aber es lohnt sich natürlich auch hier mal vielleicht einen etwas längeren Weg auf sich zu nehmen. Denn nicht nur die Filme und die Editionen und die Figuren machen so eine Filmbörse aus, sondern natürlich auch die Leute. Und ich habe diesmal wieder jede Menge Leute getroffen, ein paar ältere, bekannte Gesichter, aber auch viele neue Leute kennengelernt. Viele Zuschauer und Abonnenten, wo man dann auch endlich mal die Gesichter hinter den einzelnen Namen gesehen hat und kennengelernt hat. Das war richtig toll, alles super sympathische Leute. Wir haben dann auch noch versucht, ein bisschen hier bei dem einen oder anderen Händler was rauszuschlagen. Bei den einen ist es gelungen, bei den anderen nicht. Aber sowas macht ja auch eine Börse aus, eben hier zusammen rumzugucken und auch ein bisschen mit den Händlern zu verhandeln. Also das macht eigentlich immer richtig Spaß und ist neben natürlich hier diesen ganzen Filmeditionen für mich das absolute Highlight auf so einer Börse, nämlich die Leute. Dann haben wir hier schon die nächste Multi-Buy-Aktion, nämlich vier kaufen und drei bezahlen. Und auch da lohnt es sich natürlich etwas längere Zeit zu investieren. Hier kann man durchaus noch das eine oder andere Schnäppchen machen. Nicht nur Nameless verkauft der gute Yusuf, sondern eben auch Wicked Vision und NSM Records und auch 84 Entertainment. Ja, auch ein paar richtig ältere Schmuckstücke waren hier vorhanden, egal ob unwartiert oder auch wartiert. JB Entertainment sehe ich hier gerade nochmal in eine der Kisten. Und wenn es dann mal ein paar Mediabooks gab, wie hier mit einem Folienriss, dann lässt der gute Yusuf natürlich auch mit sich reden. Tja, zum Kotzen waren anfangs die Terrifier zwei Mediabook-Preise. Mittlerweile hat sich das gelegt. Ihr habt es schon in München gesehen. Da gab es die verschiedensten Cover-Varianten für 39,99 oder 45,99. Genauso war es dann auch hier auf der Börse in Leonberg. Mal wieder Nicolas Cage in 9mm in der schönen geprägten Hardbox. Also die Hardboxen gefallen mir auch richtig gut. Auch wenn die Mediabooks natürlich den Mehrwert eines Booklets haben und vielleicht einer Zusatz des DVDs brauche ich hier nicht. Aber wenn du eine Bonus dazu hast, einen zweiten Film oder einen Soundtrack, dann ist das natürlich richtig cool. Aber die Hardboxen, die bieten halt am meisten Fläche vom Cover-Motiv, sind dann oftmals auch geil geprägt. Und wenn du den Platz zu Hause hast, der Platz ist ja etwas, mit dem wir alle zu kämpfen haben und natürlich mit dem Budget. Aber wenn du den Platz hast und das Ganze so im Videotheken-Style hinstellen kannst, dann auch wie hier diese Tape-Edition, dann sieht das Ganze schon richtig cool aus. Macht eine tolle Stimmung und ist dann auch ein bisschen etwas Besonderes. Was Besonderes ist dann natürlich auch so ein Mediabook wie zum Beispiel das Haus an der Friedhofmauer. Schöne Lederoptik, schöne Prägung, richtig toller Druck, schöne Farben, ein richtig fettes Booklet. So muss das sein. Und dann haben wir hier direkt daneben noch ein paar Keep Cases. John Rambo, der ja endlich deindiziert wurde. Da bin ich ja mal gespannt, was hier demnächst noch auf uns wartet. Und hier hinten haben wir dann nochmal ein paar Büsten von Chucky und auch Watchmen. Dann gucken wir uns noch ein paar Schmuckstücke an, wie zum Beispiel Sylvester Stallone in Cliffhanger. Das Mediabook vartiert von Sinistrange mit einem richtig geilen Cover-Motiv von Ralf Krause. Lag hier bei 50 Euro aus. Ja, auf den anderen Tischen war es für 59,99 Euro. Und es gab auch vereinzelt noch ein paar nicht vartierte Mediabooks von Cliffhanger. Da war es preislich dann auch immer so zwischen 40, 45 Euro. Dann haben wir hier noch Requiem for a Dream von Birnenblatt in zwei verschiedenen Mediabook-Cover-Varianten, die beide optisch richtig klasse aussehen. Ist ja ein richtig krasser Streifen mit Jared Leto, Jennifer Connelly, Alan Burstyn. Die sehen wir dann auch hier hinten auf der Rückseite. Und noch Marlon Wayans. Also die können sich hier richtig sehen lassen, die beiden Cover-Varianten. Und hier haben wir dann noch einen Special Guest, der euch meinen Lieblingsfilm präsentiert in der Cover-Variante D. Warum ausgerechnet D? Weil D für Didi steht. Weißt du, dass du ein sehr geiler Kollege bist? Was ich dir schon mal sagen wollte ist, es ist großartig, was du hier ablieferst. Dann haben wir hier noch das Update vom guten Ralf. Der ist mit mir zusammen auf der Filmbörse gewesen. Und im Anschluss waren wir dann noch bei ihm, haben was Leckeres gegessen. Und dann noch eine Overview seiner Collection gedreht. Also da kommt was richtig Geiles auf euch zu in den nächsten Tagen. Also abonniert schon mal den Kanal, falls es noch nicht geschehen, um dieses Video definitiv nicht zu verpassen. Ihr seht es hier. Er hat ein paar Keepcases gekauft, ein paar Steelbooks gekauft. Eigentlich querbeet. Und genauso verhält es sich auch mit seiner Collection. Da sind einige richtig geniale Schmuckstücke mit dabei. Und die sind dann auch richtig schön präsentiert. Das Cliffhanger-Media-Book konnte man natürlich nicht dalassen. Haben es mitgenommen für 50 Euro. Und dann hat man hier auch noch ein schönes Media-Book für Erwachsene mit einer tollen Prägung und auch einem richtig geilen Druck. Hier haben wir noch Top Gun Maverick in einer richtig schicken Edition aus Frankreich. Eigentlich ist es schon fast ein Spiegel, weil das Ding so glänzt, wenn man es denn mal aufgemacht hat. Aber das ist aus so ausrangierten Fliegerteilen hergestellt worden. Also was richtig Schickes. Und zu guter Letzt haben wir dann auch hier noch Sucker Punch. Denn der gute Ralf ist ein richtig großer Fan von dem Film. Hat auch einige richtig klasse Figuren hier am Start. Also da verspreche ich euch definitiv nicht zu viel. Ich habe dann auch noch ein paar Raffaello mit Kokos geschenkt bekommen vom guten Movie Riese. Herzlichen Dank an dieser Stelle und Grüße gehen raus. War wirklich schön, dich auch mal persönlich kennengelernt zu haben. Und zu guter Letzt gibt es dann noch einen Ausblick auf den 2.3.2025. Denn da findet in der Stadthalle von Kirchheim die Techploitation statt. In diesem Sinne soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald meine lieben Filmfreunde. Und Servus. Ich bedanke mich. Ich werde die Bahne machen machen.